Der Preisalarm des Tages. Hallo liebe Zuschauer, Preisalarm des Tages bei Pearl TV und heute wir haben etwas Besonderes. Diesen Preis, ich könnte nicht glauben, heute wir haben minus 30 Euro ab unserem Katalogpreis. Unser Hochdruckreiniger mit Multilanze für 89,99 Euro, das ist etwas Unglaubliches, oder? Unglaublicher Preis, ein Hochdruckreiniger, überlegen Sie mal, damit können Sie alles sauber machen draußen, Sie können Ihre Fliesen sauber machen. Jetzt geht ja hoffentlich bald die Grill-Saison wieder los. Mein Grill sieht furchtbar aus, der hat natürlich den ganzen Winter draußen gestanden, aber gerade wenn man so einen Holzkohlegrill hat, da sammelt sich natürlich alles über den Winter. Gartenmöbel, egal was, was draußen war, jetzt alles angesetzt hat, kann man hiermit sauber machen. Das ist ein Hochdruckreiniger, ich habe den mal zusammengelassen hier, damit Sie sehen, wie leicht und kompakt der ist. Da ist wirklich alles dran. Und wir hatten gesagt, Multilanze, das heißt, wir haben hier den Hochdruckreiniger, haben hier den Schlauch, das wird ganz normal an Gartenschlauch angehängt. Dann haben wir ein 5 Meter langes Kabel und dann können wir ganz einfach hier diese Aufsätze ransetzen. Und damit kann man dann eben richtig gut sauber machen. Das funktioniert mit Strom, wir haben hier zwei Verlängerungen dran, wir haben auch noch so einen Schaumaufsatz dran. Das ist gerade bei hartnäckigem Schmutz, ist das unglaublich wichtig. Schauen Sie mal, und dann kann ich jetzt losgehen hier, ganz einfach alles sauber machen. Hier kommt richtig Druck raus, 110 Bar, das kann man wirklich mal die ganzen Belege von den Fliesen abmachen, so richtig festgetrockneten Dreck im Grill. Dafür empfehle ich das. Und im Gegensatz zu diesen, Sie kennen das vielleicht, diese Wege, die man hinter sich herzieht, ist das sehr, sehr leicht, hat aber trotzdem super Leistung. Und heute, Sie haben es gehört, der Preis ist einfach der Wahnsinn bei uns im Preisalarm des Tages für nur 89,99 Euro. Das ist eine echte Gelegenheit, also zu dem Preis einen Hochdruckreiniger zu bekommen. Wir schauen mal bei Pearl.de nach. Ja, wir haben schon früher gesagt, 120 Euro bei Pearl.de, bei uns heute nur 89,99 Euro. Sie sparen noch mehr, also 30 Euro mit Bestellnummer Zetix, 73,40 und die 56,9. Und das alles mit diesen Aufsätzen, mit dieser Verlängerung, mit diesem Kabel, das alles kostet 89,99 Euro. Ich bin wirklich begeistert, weil jetzt zum Beispiel mein Fahrrad muss ich auch sauber machen. Dein Fahrrad, ganz genau. Gartenmöbel, Grill, Balkon, alles, alles, Frühling ist schon da. Also das ist wirklich ein Must-Have, diese Frühlinge, ne? Ja, vor allem, es ist so klein und handlich und hat trotzdem diese Riesenleistung. Das ist ein super Angebot, was Sie heute kriegen können hier bei uns im Preisalarm des Tages. Ich finde es auch toll, dass so Aufsätze, die du normalerweise extra dazukaufen müsstest, schon dabei sind. Gerade dieser Schaumaufsatz. Wir haben damit im Frühjahr, letztes Jahr haben wir damit hier die Fahrräder und Gartenmöbel draußen. sauber gemacht. Der Schaum, der geht halt wirklich in alle Ecken und löst dann den tiefsitzenden Schmutz. Und dann kann man ihn ganz einfach absprühen damit. Also es macht einen Riesenspaß. Du hast bei uns die Fliesen draußen gemacht. Ja, die waren immer schwarz, ne? Die waren immer schwarz. Auf jeden Fall, sie ist rot jetzt. Jetzt wissen wir alle, ich muss sagen, das macht wirklich Spaß mit diesem Reiniger sauber zu machen. Weil das ist leicht, ich habe schon das getragen, das wir gar nicht. Das bedeutet, Sie können das von einem Platz zum anderen gehen. Das kann das normalerweise Männer machen sauber. Ja, ja. Jetzt, Frauen können das auch. Und Sie zahlen heute nur 89,99 Euro mit Bestellnummer ZX 7340 in die 569. Ja, alles sehr kompakt. Sämtliche Aufsätze sind hier drangesteckt. Also Sie müssen da nicht mit 1000 Geräten durch die Wohnung gehen. Wirklich, guck mal. Zack. Und das Ganze dann eben auch noch so leicht. Einfach Gartenschlauch ranschließen und dann eben hier den Strom noch. Das ist ein 5 Meter langes Kabel. Brauchen Sie nicht mal ein Verlängerungskabel. Hier sehen wir nochmal bei Pörl.de, was Sie heute sparen. 30 Euro sparen Sie heute im Preisalarm des Tages. Das ist schon super günstig. Schnell sein muss man da, ne? Ganz begrenztes Angebot für Sie jetzt in den nächsten zwei Stunden. Heute unser Preisalarm des Tages. Ein Produkt, was Sie sich auf keinen Fall gehen lassen sollten. Es macht Spaß, damit sauber zu machen. Wir möchten unsere Gartenmöbel wieder saugen. Wir haben unsere Fliesen draußen, unsere Fahrräder. Mein Gott, es gibt so viele Anwendungsgebiete dafür. Aber Sie müssen jetzt anrufen, um sich den Preis zu sichern. Viel Spaß. Verlegen Sie keine Zeit.